Mein Name ist Dorothea Beermann, ich bin Paartherapeutin, Buchautorin und Trennungscoach. In meiner Praxis erlebe ich ganz häufig, dass KlientInnen zwar sicher sind eigentlich, dass sie sich trennen wollen, aber sagen, ich kann mich doch nicht trennen, ich liebe meinen Partner doch. Ich höre hinter diesem Zweifel eigentlich die Frage, darf ich mich trennen, obwohl ich noch Liebe empfinde für meinen Partner, meine Partnerin? Scheinbar passen Trennung und Liebe nicht zusammen. Es kann aber sein, obwohl du dich sehr zu deinem Partner, deiner Partnerin noch hingezogen fühlst, obwohl du sehr viele positive Gefühle für ihn oder sie hast, dass sie euch trotzdem nicht gut tut. Liebe ist nicht die Lösung für eure Probleme. Liebe allein reicht einfach nicht. Es kann sein, dass du deinen Partner, deine Partnerin liebst und dass du dich trotzdem schlecht fühlst in der Beziehung und dass er oder sie dich einfach nicht gut behandelt. Es kann sein, dass du dich in seiner, ihrer Nähe nicht wohl fühlst. Vielleicht streitet ihr ganz viel und habt so ungesunde Verhaltensmuster, die euch beiden nicht gut tut. Du merkst, da sind zwar ganz viele Gefühle noch für ihn oder sie, aber du hast trotzdem immer mehr Stress. Das fühlst du vielleicht so als körperliche Anspannung. Du merkst, du bist immer mehr gereizt, bist nervös, kommst nach Hause und kannst dich gar nicht so richtig freuen, ihn oder sie zu sehen. Dann nützt es nichts, dass du noch sehr viel empfindest. Es ist ja auch ganz normal, wenn man lange zusammen ist, hat man viel zusammen erlebt. Du warst vielleicht mal sehr verliebt in deinen Partner, deine Partnerin. Ihr habt euch aneinander gewöhnt und du merkst, du hängst an der Person. In der Beziehung findet immer sowas wie Verschmelzung statt. Du solltest dir trotzdem klar machen, dass es Dinge gibt, die trotz Liebe einfach passieren. Es kann sein, dass du zum Beispiel mehr gibst, als dir lieb ist, um in der Beziehung bleiben zu können. Du nimmst deine Bedürfnisse zurück und fragst dich immer, was braucht der andere, die andere. Gerade zu Anfang ist es ja besonders attraktiv, wenn der andere, die andere auch unterschiedlich ist. Wenn er oder sie Dinge mitbringt, die du von dir gar nicht kennst, dann heißt es, Gegensätze ziehen sich an. Auf Dauer, und das ist vielleicht etwas unromantisch, ist diese Verliebtheit oder dieses intensive Gefühl von Liebe in der Partnerschaft nicht mehr ganz so wichtig. Denn es ist wichtig, dass ihr zusammen als Paar funktioniert. Das heißt, dass ihr kompatibel seid. Und da ist es mit diesen Gegensätzen schon schwierig. Denn es kann sein, dass sich genau das, was du zu Anfang so wahnsinnig attraktiv fandst am anderen, genau das stört dich jetzt. Damit eine Beziehung funktioniert, damit du dich sicher und geborgen fühlst, ist es wichtig, dass ihr das Gleiche mögt. So in den zentralen Bereichen des Lebens. Dass ihr Lust habt, an den gleichen Ort in den Urlaub zu fahren. Oder ob ihr zumindest sehr kompromissbereit seid und sagt, okay, wir fahren einmal ins Meer oder einmal in die Berge. Dass ihr das Gleiche wollt. Dass ihr ungefähr die gleichen Hobbys habt. Ihr solltet euch so in so ganz praktischen Dingen einig sein. So im Alltag. Zum Beispiel Ordnung. Oder ob ihr gerne essen geht, ob ihr lieber kocht oder zu Hause bleibt. Also wenn es eine große Schnittmenge gibt von dem, was euch beiden wichtig ist im Leben. Auch Humor ist eine wichtige Eigenschaft, die ihr teilen solltet. Ungefähr die gleiche Art und Weise, Humor zu erleben. Spaß zusammen zu haben. Wenn du mit deinem Partner, deiner Partnerin nicht mehr Spaß haben kannst. Wenn du nicht auch mal loslassen kannst. Dann wird es schwierig und dann nützt dir auch die Liebe nichts. Die Liebe nützt vor allem dann nichts, wenn deine Partnerschaft dir nicht mehr gut tut. Wenn du merkst, dass du dich verstellen musst. Wenn du merkst, dass du dich zum Beispiel kleiner machen musst, als du bist. Damit der oder die andere strahlen kann. Wenn du merkst, dass ihr keine Streitkultur habt. Oder wenn es immer angespannt ist zwischen euch. Dann ist es wichtig, dass ihr euch auseinandersetzen könnt. Dass ihr euch streiten könnt. Vielleicht fliegen auch mal die Fetzen. Und noch wichtiger ist es, sich danach wieder zu versöhnen und dann nicht nachtragend zu sein. Wenn dein Partner, deine Partnerin dich ständig kritisiert oder dich anlügt. Und bei Streitereien immer sagt, du bist das Problem. Dann nützt auch die Liebe nichts. Dann müsst ihr euch wirklich miteinander auseinandersetzen. Und da geht es darum, wirklich aus dem Selbstwertgefühl dich zu behaupten. Und dich nicht kleiner zu machen, als du wirklich bist. Liebe kann auch bedeuten, dass du leidest. Also, dass du mehr leidest, als dass du Freude empfindest. Du bist traurig, du bist verzweifelt, weil ihr einfach nicht zusammenkommt. Weder gedanklich noch emotional. Dir fehlt die Geborgenheit. Dir fehlt Sicherheit. Dein Partner kann es dir nicht geben. Warum auch immer. Da nützen die Gefühle nichts. Ich erlebe so häufig, dass meine Klientinnen offensichtlich in einer Beziehung sind, die ihnen nicht mehr gut tut. Wo sie die meiste Zeit unglücklich sind und unzufrieden sind. Und da hilft eben die Liebe nicht weiter. Und ich würde dann anregen, wirklich mal zu gucken, was in der Beziehung eigentlich los ist. Und was das Ungesunde zwischen euch ist. Und wie groß das ist, was euch trägt. Also sprich das Fundament, die Säulen, auf denen eure Beziehung steht. Manchmal kann Liebe bedeuten, um diese Liebe zu kämpfen. Also wirklich zu gucken, was kannst du oder was könnt ihr an der Beziehung verbessern. Und manchmal kann Liebe auch bedeuten, jemanden ziehen zu lassen. Also Liebe kann auch heißen, loszulassen. Gerade wenn du noch Liebe empfindest für deinen Partner, deine Partnerin, ist die Entscheidung, sich zu trennen oder nicht, besonders schwer. Es ist ein langer Prozess. Und es braucht beides. Es braucht das Herz und es braucht auch den Verstand. Dafür habe ich den Online-Kurs Gehen oder Bleiben entwickelt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich bei diesem Entscheidungsprozess begleiten darf. Viele Menschen bleiben viel zu lange in unglücklichen Beziehungen. Wobei es gute Möglichkeiten gibt, diese zu verbessern oder sie mit Würde und Respekt zu beenden. Wenn klar wird, was der Kern des Problems in deiner Beziehung ist, dann ist es leichter für dich, eine Entscheidung zu treffen. Unabhängig davon, ob du gehen oder bleiben möchtest.